Folgenden Satz sollte man sich für Sonntagnacht im Petto halten, wenn man den für gewöhnlich gut unterrichteten Auguren Hollywoods Glauben schenken darf. Christopher Nolans Atombombendrama Oppenheimer ist der große Gewinner der 96. Oscar-Verleihung. Die Experten und Expertinnen der Branchenmagazine Variety, Hollywood Reporter und der renommierten Online-Filmseite IndieWire jedenfalls sind sich in ihren traditionellen Prognosen zum Verlauf des Oscar-Abends in den zentralen Kategorien einig. Demnach ist das Rennen in der Königskategorie bester Film gelaufen. Setzen hier doch alle auf Oppenheimer als Gewinner des begehrten Titels. Auch Kultregisseur Christopher Nolan, der sich für das dreistündige Biopic verantwortlich zeichnet, ist demnach als Gewinner in der Regie-Kategorie gesetzt. Prognostizieren die Journalisten und Journalistinnen, die sich auf die Ergebnisse der laufenden Preissaison, Wettbüros und ihre eigene Erfahrung stützen. Zählt man alle Vorhersagen zusammen, dann dürfte Oppenheimer zwischen 7 und 8 seiner insgesamt 13 Nominierungen in Goldstatuetten ummünzen. Damit würde das Werk die Oscar-Gala im Dolby Theater in der Nacht von Sonntag auf Montag klar dominieren. Aber zugleich bleibt eines stets festzuhalten. Eine Prognose ist nur eine Prognose. Letztlich sind die rund 10.500 Academy-Mitglieder frei in ihrer Entscheidung. Und dann wird das Werkstatt von Sonntag auf Montag.